Die Koreaner haben im Augenblick echten Lauf. Mit ihren Elektroautos bei Kia und Hyundai gewinnen sie die Vergleichstests der Reihe nach und lassen insbesondere die MEB-Modelle von VW richtig schlecht aussehen. Und die Luxusmarke Genesis hat einen prima Einstand gehabt. Klar, in den Zulassungsstatistiken kriechen sie erst so ganz langsam nach oben, in den Tests gewinnen sie aber und medial und in der Werbung sind sie richtig präsent. Und man hat den Eindruck, Genesis hat in den zwei Jahren, die sie jetzt für Europa unterwegs sind, schon mehr geschafft als Lexus, die Toyota-Tochter, in 20 Jahren. Und während bei uns mit dem G80 Schluss ist, also ungefähr Fünferliga, Willis Genesis in den USA und daheim in Korea wirklich wissen und tritt gegen die Besten an. G90 heißt das Flaggschiff und der versucht sich gegen S-Klasse 7er Audi A8 und Lexus LS. Und wenn man mit den Leuten in der Europazentrale in Offenbach spricht, dann hört man immer mal wieder raus, dass es durchaus sein kann, dass der zumindest in der kleinen Serie auch zu uns kommt, einfach um zu zeigen, was die Koreaner können. So lange wollen wir aber nicht warten, sind deswegen in die USA geflogen, nehmen uns in G90 und drehen mal eine Runde. Vor dem Fahren steht aber erstmal das Gucken und wir werfen mal einen etwas genaueren Blick auf das Design. Das wirkt vergleichsweise vertraut. Klar, auch Genesis hat ein Family Face, eine Familienidentität, was man insbesondere an den beiden Lichtbalken hier vorne und den Blinkerbalken an der Seite erkennt. Gleichwohl ist das Auto aber unglaublich stattlich. 5,28 Meter lang, Radstand 3,18 Meter und das ist nur die Kurzversion. Genau wie bei der S-Klasse und früher beim 7er gibt es das Auto auch mit gestrecktem Radstand. Dann ist er fast 5,50 Meter lang und wirklich eine imposante Erscheinung. Insbesondere wenn man ihn mit dem neuen 7er vergleicht, ist das auch ein Musterbeispiel für Eleganz. Während der 7er wirklich breite Schultern macht, für den chinesischen Markt hergerichtet ist und bei uns arg polarisiert, könnte der G90 als eleganteste Limousine im Segment durchgehen. Von vorne sofort als Genesis zu erkennen, sehr stolz und repräsentativ. Die Flanke gestreckt, elegant, aber die Sahneseite ist für mich das Heck. Das erinnert mich an den allerersten Mercedes CLS und gibt dem Ganzen eine relativ leichte, coupéartige Form. Und darunter ist zudem ein sehr großer Kofferraum, mit einer ordentlich großen Klappe. Da geht richtig was rein. Das heißt, das Auto ist nicht nur luxuriös und komfortabel, sondern auch vergleichsweise praktisch. Wenn man sich im G90 umguckt, wirkt das Ganze vergleichsweise altmodisch für so ein neues Auto. Sehr, sehr vornehm, edelste Materialien überhaupt keine Frage, aber irgendwie ein bisschen angestaubt und lange nicht so fancy und futuristisch wie der Hyperscreen bei Mercedes oder wie das, was uns BMW gerade beim neuen 7er dargeboten hat. Das ist so ein bisschen wie so ein altehrwürdiges Grand Hotel und nicht irgendein 5 Sterne Designerpalast. Aber vielleicht mögen das die Kunden und vielleicht sind die ganz dankbar, wenn es neben all dem neumodischen Luxusleben eben auch ein paar traditionelle Werte gibt. Und wenn man es dann näher anguckt, funktioniert das alles prima und ist ganz einfach. Es gibt tatsächlich noch relativ viele echte, massive, haptische Schalter. Es gibt den großen Touchscreen, klar, aber alles andere ist sehr traditionell und sehr analog. Und streng genommen ist das gar nicht so schlecht, weil in den letzten 20, 30 Jahren haben sie ja nicht nur Müll gemacht. Und von daher ist es doch ganz schön, wenn sich da jemand dran hält. Und gerade jetzt beim Abbiegen zum Beispiel sieht man, dass Genesis sehr geschickt die alte und die neue Welt verbindet. Denn sobald ich den Blinker setze, poppt hier im digitalen Display ein zusätzlicher Bildschirm auf und ich sehe das, was der Spiegel nach hinten sieht und habe doppelte Sicherheit und quasi einen elektronischen Blick in den toten Winkel. Das gefällt mir zum Beispiel ganz gut. Was mir auch gut gefällt, ist das Lenkrad. Zwei Speichen, die geschlossen sind. Dazu ebenfalls wieder haptische Bedienelemente. Klassische Knöpfe, wo man gut hindrücken kann, wo man also jederzeit die richtige Funktion abrufen kann. Finde ich gut und es sieht mal ein bisschen anders aus, als das, was wir bei den anderen Herstellern so zu sehen kriegen. Übrigens noch ein schickes Detail, bei dem der G90 der deutschen Konkurrenz in nichts nachsteht, wenn es um den Komfort geht. BMW ist so unglaublich stolz auf seine elektrischen Türen beim i7 und beim 97er. Die hat der G90 auch. Nicht ganz so fancy. Es ist stark elektrisch unterstützt. Man braucht trotzdem noch ein bisschen Handarbeit, aber ich muss zum Beispiel nur den Knopf hier drücken. Dann springt die Tür erstmal auf und dann muss ich nur noch den Rest von Hand schieben und auch da hilft ein Elektromotor. Und wenn ich zumachen will, drücke ich diesen Knopf hier und die Tür schwingt alleine zu. Viel komfortabler kann man es ein- und aussteigen nicht machen. Nur weil das Layout im Genesis vergleichsweise konventionell ist, heißt das nicht, dass das Auto nicht auch fancy und modern sein kann. Klar, wir haben keine große Bildschirmlandschaft wie im EQS und keine spektakulären Inszenierungen wie in einem BMW 7er. Aber die Koreaner haben sich über die normalen digitalen Instrumente einiges einfallen lassen. Zum Beispiel eine Ambientebeleuchtung, die so bunt ist, wie man sie bei den deutschen Wettbewerbern lange suchen muss und die über die üblichen Lichtleisten hier in den Konsolen und in den Türen weit hinausgeht. Selbst der iDrive oder zumindest die Kopie des iDrives leuchtet in der eingestellten Farbe und auch dieser Kristallglas inspirierte Leuchtring um den Getriebewehlhebel, der mir sagt vorwärts, rückwärts oder neutral leuchtet und schimmert in diesem hier in dem Fall sehr speziellen Rosa. Das finde ich schon ziemlich interessant. Auf dem Rücksitz des G90 geht es natürlich vergleichsweise feudal zu und dabei sitze ich hier noch in der kurzen Variante. Es gibt auch eine mit 19 Zentimetern mehr Radstand und entsprechend mehr Länge. Die ist dann fast 5,50 Meter lang, also so lang wie der neue 7er und hat noch mehr Platz. Aber schon hier, also in der kurzen oder in der Standardversion, kann ich von hinten den Beifahrersitz nach vorne schieben, kann meinen Sitz dann entsprechend bequem gestalten. Ich habe nicht nur eine verstellbare Rücklehne, mit der ich bequem liegen kann, sondern ich kann sogar hier die Fußstütze ausfahren. Es reicht nicht um die Beine auszustrecken, dafür müsste ich dann also tatsächlich die Langversion nehmen, aber ich sitze deutlich bequemer und natürlich gibt es hinten auch Massagesitze, Sitzbelüftung, Sitzheizung, eigene Klimazone und hier ein eigenes Touchpad, auf dem ich das Infotainment steuern kann. Natürlich hier hinten auch noch ein spezielles Fach. Im Augenblick gibt es einfach nur den Weg in den Kofferraum frei, aber man kann da ganz sicher auch eine Kühlbox, einen kleinen Kühlschrank für den Champagner zwischendurch bestellen. Also auch da kein Unterschied zur S-Klasse oder zum 7er. Das einzige, was fehlt hinten, ist ein ordentliches Infotainmentsystem. Es gibt weder Monitore an den Rücksitzen und schon gar nicht die Kinoleinwand, die hier bei BMW als breiter Bildschirm vom Himmel klappt, sondern das einzige, was ich habe, ist zumindest einen Schminkspiegel und ich kann gucken, ob ich schick genug bin, bevor ich jetzt hier aussteige. Wenn es ums Fahren geht, bietet der Genesis Luxuskomfort und fasst seine Insassen wirklich nur mit Samthandschuhen an. Luftfederung ist gesetzt, das ist unglaublich leise. Zum Beispiel der Blinker knackert nicht irgendwo aus dem Armaturenbrett raus, sondern die Lautsprecher sind hier in meiner Kopfstütze untergebracht, sodass der Fahrer das zwar hört, die restlichen Insassen aber ihre Ruhe haben. Und das Ganze ist wirklich auf ein extrem smoothes, extrem entspanntes, komfortables Fahren ausgelegt. Da ist der G90 auch ganz sicher näher an einem Lexus oder an einer S-Klasse als zum Beispiel an einem BMW 7er, denn der kann auch flott und der kommt auch ordentlich um die Kurven. Aber so ein richtiges Fahrerauto ist es nicht. Es ist halt eher eine Chauffeurslimousine. Das merkt man auch bei den Antrieben. Es gibt einen 3,5 Liter Sechszylinder, der hat in der Basisversion ungefähr 380 PS und wer das Topmodell kauft, der bekommt noch einen elektrischen Turbolader mit 48 Volt Technik dazu und dann steigt die Leistung auf 410 PS. Das ist allemal genug, selbst wenn das Auto deutlich über zwei Tonnen wiegt. Ganz klar, gar keine Frage. Wenn es aber um Prestige geht und wenn man eben mit den Besten konkurrieren will, dann müssten es eigentlich schon 8 Zylinder sein. Der Rest des Antriebspakets dagegen passt perfekt. Eine sehr, sehr komfortable und sehr präzise 8-Gang-Automatik, Hinterradantrieb oder in Kombination mit dem stärkeren Motor, serienmäßig, sonst gegen Aufpreis erhältlich, Allradantrieb. Das ist also wirklich standesgemäß und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Fahrleistungen gibt es wie immer in den USA keine, zumindest keine ganz konkreten. 0 auf 100 in ungefähr sieben Sekunden. Top Speed ist hier nicht angegeben, aber klar, mit so viel Leistung sollten auf einer deutschen Autobahn 250 Sachen schon machbar sein. Jetzt bin ich mal die ersten paar Kilometer mit dem Genesis gefahren und habe mich vertraut gemacht mit den Kernfunktionen des Autos. Dann findet man auch mal ein bisschen Zeit, etwas tiefer in die Menüs zu schauen. Und das ist schon ganz spannend, dass die Koreaner relativ viel von dem, was wir von den deutschen Oberklasse-Limousinen kennen, auf eine sehr eigene Art nicht kopiert, sondern neu interpretiert und übernommen haben. Es gibt zum Beispiel, so wie bei Mercedes Energizing Comfort, hier spezielle Moods. Die kann ich auswählen und kann dann eben Licht, Sitzmassage, Raumparfümierung, selbst die Jalousien entsprechend steuern. Und wenn ich das jetzt also anlege, gibt es Entspannungsmusik. Mir wird der Rücken durchgeknetet. Es riecht plötzlich nach besonderen Parfüms. Und wenn mir das nicht mehr gefällt, gehe ich in Vitality. Das soll mich anregen. Eben, das ist Komfort. Es gibt einen Pflegemodus, der mich ein bisschen beruhigt und runterbringt. Und einen Genießermodus, der einfach nur eine genussvolle Atmosphäre schaffen will. Wieder Musik, Parfüm, alles zusammen. Das finde ich nicht so schlecht. Jetzt war ich einen halben Tag in den USA mit dem neuen G90 unterwegs und bin einmal mehr echt beeindruckt, was die Koreaner so auf die Räder stellen. Ihre Elektroautos bei Hyundai und bei Kia, klasse. Und dieses Auto wirklich auf einem Niveau mit der S-Klasse. Klar, was den Status und das Renommee angeht, können sie noch nicht mithalten. Und weil die Marke noch nicht so richtig bekannt ist, müssen die Leute schon zwei, drei Mal hingucken, um zu sehen, dass das eine Luxuslimousine ist und dass da drin offenbar jemand relativ Wichtiges sitzt. Aber wenn es um Fahrkomfort geht, um Sitzkomfort, um Ambiente und Assistenzsysteme, dann ist der auf Augenhöhe mit Mercedes, Audi und BMW. Und wenn wir mal den etwas schmächtigen 3,5 Liter V6 rausrechnen, ist auch der Antrieb wirklich konkurrenzfähig. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass das Auto hier in den USA bei lächerlichen 90.000 Dollar losgeht. Die europäische Konkurrenz ist da 10, eher 20 Prozent teurer. Natürlich wird dieser Preis nicht zu halten sein, falls das Auto tatsächlich nach Europa kommt. Aber ich sag mal so 100, 110.000 Euro, das wäre schon eine Ansage. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die Koreaner das tatsächlich machen. Und da die sehr genau verfolgen, wie der Markt so tickt, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr dem Auto eine Chance geben würdet. Vielleicht können wir die Entscheidung ja ein bisschen beeinflussen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.